Großmodelle verbinden die meisten Menschen vor allem mit einem hohen Preis. Dass es auch günstig geht, zeigt Amevi mit dem Hammerhead. Denn dieser Offroader im Maßstab 1 zu 7 vereint enorme Agilität mit einem geringen Preis. Der Hammerhead wird als Ready-to-Run-Modell ausgeliefert. Dabei wartet der 2WD-Buggy mit solider Ausstattung auf. Dazu zählen ein durchaus starkes Längsservo mit Metallgetriebe, ein extrem bulliger Regler und ein Innenläufer mit 2350 Umdrehungen pro Minute und Volt. Trotz enormer Kraft bleibt der dicke Brocken gut beherrschbar und ist mit einem 5000 mAh Akkupack immerhin rund 11 bis 12 Minuten unterwegs. Dabei überzeugt der Hammerhead auch durch seine gute Stabilität. Im Inneren des Getriebes findet man ein eher im 1 zu 10er Bereich übliches Getriebe mit einem Diff und zwei weiteren Zahnrädern. Grobe Verzahnung und ein 4-Spider-Diff sorgen für eine zuverlässige und langlebige Konstruktion. Leistungstechnisch geht mit dem Hammerhead vor allem beim 6S-Betrieb die Post ab. Vor der Fahrt beginnt der Einbau der Akkus in das etwas klein geratene Akkufach, denn herkömmliche 2S-Standard-Akkus passen nur in 4S-Konfigurationen hinein. Und dies auch nur, wenn die Akkus auf keinen Fall höher sind als 25 mm. Wer allerdings drei Shorties quer nutzt, kann ohne Probleme im 6S-Betrieb fahren. Doch bereits an 4S ist der Hammerhead schon sehr agil und gerade für Einsteiger mehr als ausreichend schnell. Um bei den möglichen hohen Geschwindigkeiten nicht die Kontrolle zu verlieren, erhält das Servo Unterstützung in Form einer Gyro-Platine. Diese reagiert auf Bewegungsveränderungen entlang einer Achse und kann mit Hilfe der Elektronik das Lenkservo ansteuern, wenn das Heck des Buggies mal ausbrechen will. Der Buggy ist ohne dieses Helferlein eine regelrechte Diva und entsprechend nervös zu fahren. Mit aktiviertem Gyro ist das Modell hingegen spurtreu und liegt fast wie ein 4WD-Buggy auf der Strecke. In Anbetracht des guten Lieferumfangs ist der Hammerhead ein echter Geheimtipp für Großmodellfans. Vor allem zu einem wirklich geringen Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017